Das schmeckt nach hier, wie heißen diese blauen Beeren? Blaubeeren. Schmeckt nach Blaubeeren. Danke. Ja, Heidelbeeren, Mann. Sind Heidelbeeren Blaubeeren? Warum heißen die dann, wer hat sich denn dann ausgedacht, dass sie auch Heidelbeeren heißen, wenn sie auch einfach Blaubeeren heißen? Ich glaube, Heidelbeeren sind nicht Blaubeeren. Heidelbeeren sind kleiner. Und was ist mit Johannesbeeren? Sind die etwa klein und rot? Seid ihr schon drin, ne? Ja. Wir fahren schon. Ist das euer Ernst? Ja. Ja. Wieso wartet ihr nicht oder braucht ihr? Muss noch zack, zack. Obwohl. Obwohl unter euren neuesten Lore-Talk habe ich sogar einen Punkt gesetzt. Einen ganzen Punkt, Alter. Danke mal. Punkt kommentiert. Punkt kommentiert, alle so. Abwort, Alter, it's the real world is gaming. So. Ihr seid ein wiese Vorrohrkrieger. Ist der Vorrohrkrieger von euch beiden? Ihr seid beide Vorrohrkrieger. Ihr wiesen Vorrohrkrieger. Ich bin Waffen. Stream, also deutsche Streamer sind, wenn sie mit Facecam streamen, irgendwie langsam alle gleich aus wie Bulldoggen. Tobi zum Beispiel. Ich will keine Bulldogge sein. Ich meine noch die Aussie-Streamer. Alle deutschen Aussie-Streamer mit Facecam sehen aus wie Bulldog. Tobi zum Beispiel. Nein. Du bist Platz 1 bei mir. Dann habe ich getroffen. Nein, bei mir ist Omo oder alles. Tobi, du wirst immer aus Spoonies 1 sein. Ne. Habt ihr die Handschuhe von ihm gesehen? Geil, Alter. Was ist die Hand von wem denn? Ja, diese Fäustlinge. Wo du die ganzen Finger reinmachen musst. Oder sozusagen nach den zwei Fingern du noch hast. Von wem genau? Von dem Mob, dem Mob hier zum Beispiel. Ach so. Die hatte ich als Kind auch früher. Was würdest du machen, wenn du so einen großen Fäustling hättest? Brauchst du die Schallen? Nein. Kann ich sie bitte haben? Ne. Jetzt, gib mir die Schulter bitte. Normal. Nicht so aufdringlich hier, hallo. Ich will nur essen. Ich will klicken und dann wieder Outerwalk machen. Du wolltest eben nicht den Reis essen. Ja, aber das Fleisch esse ich. Warum den Reis nicht? Weil das ja Chili-Konkane-Reis ist, den ich seit Monaten nicht essen möchte. Genatzt. Ich hab mich an die Nase gekratzt. Ich hab mich an die Nase gekratzt. Mach bitte mehr Anlassen auf. Tobi, läufst du. Okay. Danke, Bart. Das heißt, wenn die das jetzt werden, dann hab ich mein Set voll. Es könnten aber auch die 25er werden, dann hab ich verkackt. Drei, zwei, eins. Yes. Vor allem sieht Bolyas einfach so aus, als wäre er übelst froh, dass wir alle tot sind. Weißt du die? Ja. Ich will in der Maul. Achso.